Diese Ausgabe wird Ihnen präsentiert von Wächtischmohl, dem Unisex-Duschgel für Jung und Alt, mit dem verführerischen Duft aus winterfrischer Frühlingsluft, eingehüllt in eine sommerliche Herbstbrise. Wächtischmohl ist mit veränderter Frischeformel auch als Wächtischmohl für Raschmaschinen, Geschirrspüler, sensible Oberflächen sowie Glas- und Keramik erhältlich. Ex-Cremor Frischkäse, unsere ausgehärtete Altmelch mit den natürlichen Geschmackskorrekturen, Knoblauch-Pesto, Feigelusche und Kräuter aus der Osteifel. So cremig, weil sich die Kühe mit den Altmilchklumpen richtig Mühe gegeben haben. In unserer Frischkäse-Zubereitung steckt der Geschmack aus 100% Zutaten. Was macht unseren Geschmack so intensiv und frisch? Das ist das Geheimnis unseres Lebensmittelchemikers. Die Kombination von ausgewählten Kräutern und zufällig zusammentreffenden Gewürzen ist einzigartig und ergibt eine herrlich streichzarte Textur von Milchbakterien und Edelschimmeln. Beim Genuss keine Abstriche machen, sondern Aufstriche machen mit Ex-Cremor Frischkäse. Hm, Ex-Cremor. Seit Jahren suche ich nach einer geeigneten Zahnbürste für meine Zähne. In der Praxis von Dr. Wurst wurde ich dann endlich umfangreich und professionell beraten. Bei einem Pferdegebiss wie Ihrem versagen herkömmliche Zahnbürsten oft schnell. Deshalb empfehle ich Ihnen die neue Anal C mit extra langen Borsten. Sie deckt nicht nur den gesamten Mundraum ab. Sie entfernt aus Ihrem Mund auch jeglichen Scheiß. Endlich habe ich eine Zahnbürste gefunden, die zu mir passt. Die neue Anal C. Auch zur Reinigung des Rachens und der Magengegend geeignet. Nur die Fürsten hatten gute Bürsten. Dr. Wurst. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker besser nicht. Jeder Deutsche erlebt irgendwann einmal akute Angst vor Mitschülern, deren schlagkräftige Argumente weniger intellektueller Natur sind, als durch Eiweißpulver oder unangebrachtes Selbstbewusstsein verursachte Selbstüberschätzung. Vor allem bei pubertierenden Männern oft ein Problem. Die Gründe beim Verursacher sind sehr vielfältig. Mangel der emotionale Kompetenz, sich überraschend langsam ausprägende Sexualorgane in der Jugend, Fehlstellungen an der Handelbank oder Fehlhaltungen der sozialen Intelligenz. Doch wir haben die Lösung. Großer Bruder stärkt Ihnen den Rücken. Hast du ein Problem? Klär das mit mir. Großer Bruder. Auch erhältlich in der kleinen Größe als mittlerer Bruder und die Schwester mit langen Fingernägel. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Vertrauenslehrer oder Felix Sturm. Mit der Reihe Schweinefuß kredenzt. Frische ist durch nichts zu ersetzen, außer durch unsere aktuellen Wochenangebote. Pikander Ochsemaussalat im Naturdarm passt gut zu anderen Gerichten. 250 Gramm für 1,99. Entdeckten Sie unsere stetig wechselnde Qualität an Spezialitäten aus der hauseigenen Produktion. Zartes Kalbsröckensteak. Der passende Begleiter zu Kastaniengemüse, Karotten oder Camembert. 100 Gramm für 2,80. Neu ab September. Rehe von umliegenden Bundes- und Landesstraßen. Nur auf Bestellung. Rostbratwürste mit braunbröcklicher Mandinade. Von der Eberhüfte. Viertelpund für 2,99. Portionswürste im 10er-Pack. Fleischwurst, Käsewurst und Fleischkäse. 100 Gramm für 1,80. Besten Kontakt zu jeder Sau verspricht unsere Auszeichnung als einer der Top 100 Dienstleister in Heuchelheim bei Frankenthal. Die Sonderangebote gelten nicht in unserer Filialin Oberbillig. Metzgerei Schweinefuß. Wenn's gut schmeckt, wird immer mehr Gäß. Timo? Hallo Timo! Ach, Thorsten. Lange nicht gesehen, oder? Hey, wie geht's dir? Also ich bin nur noch am Liebemann. Oh, das Wetter ist jetzt besser geworden, ne? Das Wetter? Was ist los? Ah, bei mir läuft halt schon lange nix mehr so richtig. Ich dachte, das liegt am Alter. Ach, du bist ja viel älter als ich. Na, aber hallo. Sowas ist doch heute kein Problem mehr. Was? Dr. Junglas von der gynäkologischen Abteilung seiner Augenklinik in Batshals-Dedford empfahl mir vor Jahren ein Stützkondom aus Backelit. Seitdem ist Sex kein Problem mehr. Auch nicht über Stunden. Backelit nimmt nicht nur schnell die Körpertemperaturen, es ist auch äußerst belastbar und sorgt somit für eine rundum gelungene Befriedigung. Und zwar solange du kannst. Und das funktioniert? Natürlich. Die Anwendung ist ganz einfach. Kondom einfach drüber stülpen und dann mit dem am unteren Ende angebrachten Ring fixieren. Und schon kann es losgehen. Dann brauchst du dir über dein Problem keine Gedanken mehr zu machen. Auch nicht nach Stunden. Na, hab ich dich überzeugt? Ja, natürlich. Ich mach mir gleich morgen einen Termin bei Dr. Junglas. Also für mich persönlich gibt es nur noch Backelit. Da fühlt sich unsere Generation doch gleich wieder an die alten Tage hinein. Oder? Ja.